Hier passiert die Magie bei Fußballer Cristiano Ronaldo, 37, ausnahmsweise mal nicht auf dem Platz. Statt für schöne Tore sorgte der Sportler jetzt für wunderschöne Momente auf Mallorca. Seine Partnerin, Model Georgina Rodriguez, 28, hat die Schnappschüsse des harmonischen Urlaubs mit den Kindern nun via Social Media geteilt und ihren Followern Einblicke in die tolle Zeit gewährt. Ronaldos Rasselbande fröhlich auf Mallorca Hach, muss das schön sein auf Mallorca. Zumindest liegen das die Gesichter der Familie, die dort derzeit urlaubt, nahe. Vor malerischer Palmenkulisse posieren sie in einem der Fotos alle gemeinsam, Papa Ronaldo, dessen liebste Georgina, so nehmann Cristiano Ronaldo G.R. 12, Tochter Alana, 4, und die Zwillinge Eva und Matteo, beide fünften Letzterer lächelt auf dem Bild nicht nur munter und frech, sondern trägt auch noch ein fesches Bart Simpson-Shirt. Cristiano Ronaldo G.R. Unterdessen ist mittlerweile fast schon so groß wie Georgina. Die einzige, winzig kleine, Person, die hier fehlt, ist Baby Bella Esmeralda. Die Kleine kam im April zur Welt. Weitere niedliche Momentaufnahmen zeigen Rodriguez und die Kiddies beim Planschen, vom malerischen Küstenhintergrund. Auf einem anderen Foto geht's ebenfalls ab ins kühle Nass. Alana und Eva tragen identische, lavendelfarbene Badeanzüge mit mehr Jungfrau-Mutiven, während Brüderchen Matteo etwas verdattert aus der Wäsche schaut. Was für eine schöne Zeit! Dabei ereignete sich vor einigen Monaten eine echte Tragödie im Leben der Familie. Der Portugieser und seine Partnerin machten Ende April die Trauer um ihren Sohn öffentlich. Das Zwillingskind verstarb kurz nach der Geburt. Nach der Tragödie gibt dem Paar auch die Tatsache Kraft, dass sie ihre Babytochter haben. Im Video, süßes Posting für Ronaldos Tochter. Anfang Mai teilte ihr Papa ein rührendes Posting, das ihn mit freiem Oberkörperinnig mit seinem kleinen Mädchen im Arm zeigt. Nuss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017